Es ist passiert. In Berlin klagt ein Vater gegen das Gendern an der Schule, welche seine Kinder besuchen. Auf seine Kinder werde ein Anpassungsdruck ausgeübt, Lehrer verhielten sich wie Aktivisten. Die Berliner Zeitung, Fokus, Bild, Welt, Merkur, Online, viele Zeitungen und Medienhäuser berichten über diesen Fall. Die öffentlich-rechtlichen bisher jedoch nicht. Woran kann das liegen? Passt es nicht ins Narrativ oder hält man die Vorfälle in der Türkei und Syrien gerade für wesentlich wichtiger? Aber wäre das nicht wieder eine Form von Whataboutism, wie es aktuell so schön heißt? Interessant ist es vor allem aus dem Grund, da man, sobald es um das Thema Gendern geht, immer wieder den Vorwurf zu hören bekommt, dass vor allem die Gegner des Genderns selbiges ständig nur thematisieren würden. Die AfD würde im Bundestag häufiger über das Gendern reden als alle anderen Parteien. Und außerdem sei es ja schließlich freiwillig. Niemand wird zum Gendern gezwungen, sagt man. Vor kurzem hatte ich auch eine kleine Diskussion rund um das Thema, da ging es um das Gendern an Universitäten. Manche Dozenten schreiben das Gendern für ihre Arbeiten vor. Es steht in den Vorgaben dazu. Hält man sich dann nicht an diese Vorgaben, bekommt man Punktabzug. Es gibt keine einheitlichen Regelungen für diese Fantasiesprache. Warum auch? An der Schule würden Lehrer in den Aufgabenstellungen in Berlin konsequent gendern. Kinder anhalten, statt Hampelmann, Hampelmensch zu sagen. Dreadlocks als kulturelle Aneignung diskreditieren und im Sitzkreis von den Schülern verlangen, dass sie benennen müssen, mit welchem Pronomen sie angesprochen werden möchten. Nochmal zum Mitschreiben. Ich spreche niemanden direkt mit irgendeinem Pronomen an. Es gibt auch nicht meine und deine Pronomen, genauso wenig wie es meine und deine Verben, Adjektive oder Substantive gibt. Spreche ich über jemanden, dann kommen in der deutschen Sprache eben diese Pronomen zum Einsatz. Zumindest die Pronome, über die wir hier reden. Es geht nicht um Du oder um Sie in der Höflichkeitsform. Was man hier von den Kindern verlangt, ist ideologisch veränderte Fantasiesprachen zu benutzen. Weiter heißt es in dem Artikel, Lehrer verhalten sich wie als Lehrer getarnte Aktivisten, so der Kläger, der anonym bleiben möchte. Es besteht für die Kinder ein großer Anpassungsdruck. Diese Ideologie gehört nicht in den Unterricht. Der Rechtschreibrat führt Genderzeichen als nicht normgerecht auf. Die Empfehlungen sind von der Kultusministerkonferenz übernommen worden und gelten damit bundesweit. Der Beschluss jedoch an der Schule wird einfach ignoriert. Ein Schreiben des Vaters an die Schulaufsicht brachte eine skandalöse Antwort mit sich. Diese lehnte den Antrag auf Untersagung der Gendersprache ab, weil die Regeln des Rates in Berlin mangels Umsetzungsakt nicht gelten würden. Über einen solchen Umsetzungsakt habe ich auf die Schnelle nichts genaueres finden können. Ich habe dem Bildungsministerium und der Kultusministerkonferenz eine Nachricht geschrieben, wie genau die Einhaltung dieser festgelegten Richtlinien kontrolliert wird. Sobald ich eine Antwort erhalte, werde ich es euch selbstverständlich wissen lassen. Auf BZ-Anfrage, sagt ein Sprecher der Bildungssenatorin, ist sei klar definiert, dass die Regeln der Rechtschreibung anzuwenden seien. Unabhängig davon sollten Kinder aber die gesellschaftlichen Dimensionen gendergerechter Sprache erfahren. Wie auch immer das genau gemeint sein soll, dass Kinder diese Formen erfahren sollen. Und warum das überhaupt nötig ist. Schauen wir uns kurz noch das Papier an, aus dem diese Richtlinien hier entstanden sind. Die aktuellste Fassung findet sich auf der Internetseite www.rechtschreibrat.com. Geschlechtergerechte Schreibung. Empfehlungen vom 26. März 2021. Der Rat für deutsche Rechtschreibung bekräftigt in seiner Sitzung vom 26. März 2021 seine Auffassung, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen. Dies ist allerdings eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann. Das amtliche Regelwerk gilt für Schulen sowie für Verwaltung und Rechtspflege. Der Rat hat vor diesem Hintergrund die Aufnahme von Asterisk, Genderstern, Unterstrich, Gendergap, Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen. Es gibt dazu zwei PDF-Dokumente. Eines über die Entwicklung und Bewertung dieses Themas und ein weiteres geschlechtergerechte Schreibung. Unter gewissen Voraussetzungen kann eine geschlechtersensible Sprache in den Unterricht eingebunden werden. Auch dafür hat der Rat eine Empfehlung ausgesprochen. In seinem Beschluss vom 16. November 2018 hat der Rat allgemeine Kriterien geschlechtergerechter Schreibung definiert. Geschlechtergerechte Texte sollen sachlich korrekt sein, verständlich und lesbar sein, vorlesbar sein mit Blick auf die Altersentwicklung der Bevölkerung und die Tendenz in den Medien, Texte in vorlesbarer Form zur Verfügung zu stellen, Rechtssicherheit und Eindeutigkeit gewährleisten, übertragbar sein im Hinblick auf deutschsprachige Länder mit mehreren Amts- und Minderheitensprachen, für die Lesenden bzw. Hörenden Traumhaft die Möglichkeit zur Konzentration auf die wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen sicherstellen. Allein mit dem letzten Punkt fallen für mich jegliche Genderformen, die irgendwelche Doppelpunkte, Sternchen oder Unterstriche mit einbeziehen raus. Die Liste mit den Formulierungen, die nicht normgerecht, also nicht angewandt werden sollen, im Sprachgebrauch ist hingegen äußerst eindeutig formuliert. Trotz des nicht haltbaren Argumentes, dass Gendern absolut freiwillig wäre und niemand natürlich dazu gezwungen werde, sehen wir an reellen Beispielen, dass das eine glatte Lüge ist. Auch hier müssen wir uns als Gesellschaft fragen, wo wir eine Grenze ziehen wollen. Hören wir auf die Regeln des Deutschen Rates für Rechtschreibung oder belassen wir die Deutungshoheit unserer Sprache ideologisch verblendeten Aktivisten, welche sich hier als Lehrkörper tarnen. Ich jedenfalls erwarte von einer Schule, dass sie eine Sprache mit all ihren Regelungen und Vorgaben lehrt, wie es beschlossen wurde und das nicht von anderer Stelle aktivistisch diktiert wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit entlasse ich euch jetzt ins Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Abonniert gerne den Kanal, schreibt einen Kommentar, bewertet das Video und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.